Hey Friends, ich habe jetzt über eine Woche an meinem nächsten Bild meiner Color Healing Serie gearbeitet und auch das hier soll im September in der Ausstellung in Zürich verkauft werden und ich glaube, dass das wirklich etwas ganz anderes ist. Und die meisten von euch kennen ja meine gold-schwarzen Bilder, aber ich dachte mir, jetzt gerade im Sommer muss einfach eine Veränderung kommen. Und ich hätte selber nicht gedacht, dass das mir so Spaß machen würde, beziehungsweise, dass ich mich komplett in meinem neuen Stil finden würde. Zwar male ich immer noch gerne so shiny, reflektierende Dinge und arbeite auch noch mit Öl und meinen reflektierenden Highlights. Aber dadurch, dass ich jetzt so viel Farbe benutze, ist es auch was für mich komplett Neues. Und ich finde es irgendwie so crazy zu sehen, wie man sich als Person nicht nur weiterentwickelt, sondern auch gleichzeitig die Kunst. Ich finde nämlich, mit Farbe kann man nicht nur die eigenen Emotionen darstellen, sondern es spricht auch die des Betrachters an. Mich würde interessieren, ob es euch gefällt oder wie ihr es findet und kommentiert das auch gerne unter meinem letzten Insta-Post mit dem Bild.